Hallo Leute, bevor das Video startet, habe ich euch ein kleines Zehnweis zu sagen, dass ihr jetzt in dieses Video so viel geschafft habt hier. Ihr habt so viele Likes geschafft, dass ihr jetzt gleich sagen könnt, macht doch dies, macht doch das. Aber echt, are you crazy? Oha, ihr habt es schon mitgekriegt. 2113 Aufrufe, wow. Und ihr seid von einem Monat, nein von einem Jahr, und ihr seid 5.548 Aufrufe, wow. Und ihr seid alle herzlich willkommen zu diesem Kanal. Ähm, ja, in diesem Video spielen wir heute Bowser Inc. der EXC, der zweite Version. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem Video und jetzt geht's los. Viel Spaß. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Peter Deckerner und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Ja, ich war gerade eben im Frisor, dass es so aussieht hier. Ja, okay, aber ist doch gut. Ähm. Ja, was machen wir denn heute? Ja, ich habe jetzt gleich gedacht, machen wir noch ein Special. Wir spielen jetzt heute mal Monster, äh, nicht Monster Inc., sondern Bowser Inc. der EXC. Die zweite Version. Äh, let's go. Bowser Inc. der EXC ist ein EXC Games von der guten alten Bowser. So, let's go. Let's go. What the... Pfff. Ein kurz gedacht. Ja, das Spring ist niedermal aufschönt. Oh, Mist, ey. Ah, weil ich nicht da nach links wollte. Boah, ich hasse es mit der scheiß Einrauchsfunktion. Nein, nein, ich wollte das nicht. Oh, ich hasse das echt. Scheiß Einrauchsfunktion. Boah, ich hasse das. Oh, oh. Oh, Mama Mia, Mama Mia. Oh, fuck, 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 fuck. Das ist ja jetzt doch ganz normal. Oh, ich hasse das. Ah, ich hasse das. Okay, jetzt geht's wieder. Oh, ich weiß auch nie, was da los ist hier. Ich habe auch keine Ahnung, was da los war. Hä? Oh, das ist doch gar nichts. Hä? Das ist doch gar nichts. Hm. Hä? 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 Dick, doch so. Äh, Paul, ich will ja deine Arbeit nicht kritisieren, aber wie logisch ist das, soll man mit der kleinen Seite anfangen? An welche Seite hast du das jetzt alles gestellt? Wie logisch ist das, wenn man erst mal mit der Hand anfängt? Ja, das ist gut, ich wollte jetzt nicht alles nach da heben, das hast du ja nicht schön gehört. Was ist denn die Planung? Was ist denn die Sendung? Ach so, du willst alles dann rein, Wolfgang. Was ist denn die Sendung? Was ist denn die Sendung? Was ist denn die Sendung? Na gut, wir können ja auch der einen Seite anfangen. Das können dann nach alles rüber. Oh mein Gott, was ist denn los? Hallo Mario! Hallo! Hallo! Watt. Ich bausach. Was bist du von ihr? Was ist das? Mann, ich hasse diese scheiß Eiderachs-Fuktion! Und noch eine andere Taste zum Springen. Nee, da gibt's nur diese Schipp-Taste. Ey, ja, sei denn echt so verdammt scheiße! Oh, ich hasse dich, du verdammte Scheiße, Eiderachs-Fuktion! Mann, ich hasse dich echt jetzt! Alter, ich hasse dich echt jetzt, die Eiderachs-Fuktion! Was ist jetzt Peach? Was ist jetzt Peach? Mama! Was kommt jetzt? Was kommt jetzt da? Was kommt jetzt? Jetzt! Jo, now, now, next! Oh, du Scheiße! Was ist gleich? Was ist denn süß? Das war's für heute. Wir sind schon da... Huh? Hast du schon? Oh mein Gott! What? Warte mal, warte mal, warte Uh oh! Hä? Ach du Scheiße! Guh! What the fuk? Warte mal, warte mal, warte mal das oh my god oh my god oh fuck what the fuck okay 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 let's go back guys what was that again this game is now available and yeah if you liked this video please give me a thumbs up and a bit for this video it's on my next channel but it's still in the montage but just like for my new support okay that's that's this or the game and i and i 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